Servus, grüezi und hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 bei mir auf dem Kanal. Ich bin der Baden-Farmer und freue mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Und zwar zu unserer Silvester-Folge. Warte, 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 warte. Ja, nicht abschalten. Ich weiß, dass nicht immer alle bis zum Schluss gucken. Darum will ich es auch jetzt gleich loswerden. Es ist Silvester und darum wünsche ich dir alles Gute für das Jahr 2023. Beste Wünsche, Glück und Gesundheit. Ich wünsche dir einen schönen Abend, einen guten Rutsch und dass wir uns dann nächstes Jahr hier wieder auf meinem Kanal sehen. Also, falls du jetzt schon losgehen möchtest und feiern, dann sei es dir gegönnt. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du noch ein bisschen hier bleibst, denn ich bräuchte dringend deine Hilfe. Denn wir haben ein kleines Problem. Ja, das zeige ich euch nämlich. Wir haben ja hier unsere Mukus, unsere lieben, lieben Tierchen, die wir auch in der ganzen Staffel hier oder die sollen uns auch die ganze Staffel über hier begleiten. Denn wir werden uns hier schon ein bisschen auf Milchproduktion spezialisieren. Und wenn ich mir das jetzt hier so genau ansehe, Gesundheit 75 Prozent, 20 Tiere haben wir. Es fehlt uns an Nahrung. Wir müssen die Tiere noch füttern. Stroh haben wir ja in der letzten Folge schon eingeworfen, was wir ja produziert haben. Aber das ist eben das Einstreu oder der Einstreu. Und wir müssen jetzt noch gucken, dass wir die Tiere bei Laune halten, denn die haben es ja auch verdient, fürs neue Jahr genügend zu fressen und zu trinken zu haben. Und apropos Trinken, ich glaube, Wasser müssen wir hier keins nachkippen. Das wird hier automatisch gehen. So, aber was ist jetzt das Problem? Ja, naja, wir brauchen natürlich einen Futtermischwagen, denn, wir gucken mal kurz rein, Heu bringt uns 80 Prozent und Heu hätten wir. Heu haben wir nämlich hier drüben, hier hat es nämlich einige Ballen, Heu, Stroh und Silage. Aber ich möchte gerne gleich auf 100 Prozent und da brauchen wir einen Futtermischwagen. Und jetzt haben wir nämlich ein bisschen das Problem, erstens mal, welchen wir uns da kaufen und vor allen Dingen, ja, hm, Heu 8.000 Liter, Stroh 9.000 Liter und Silage 6.500. Hm, ich wundere mich gerade ein bisschen, warum die überhaupt unterschiedlich groß sind von der Menge. Aber okay, nichtsdestoweniger, das Verhältnis ist ja immer in der Regel ein Ballen Heu, Quatsch, doch ein Ballen Heu, ein Ballen Stroh und zwei Ballen Silage. Aber da kommen wir ja überhaupt nicht hin, denn zwei Ballen wären jetzt 13.000, mit dem Heu kommen wir auf 21.000. Und wenn ich jetzt hier reingucke, hier oben bei Tierhaltung, dann hätte der kleinste, der Silo King, 22.000. Wenn ich jetzt gerade ein bisschen überlegen würde, würde es dann einfach reichen. Also wir können dann auf keinen Fall natürlich den ganzen Ballen reinwerfen, aber wir haben ja Stroh in unserer, in unserem Ferment, Fermenter Silo. So, und ansonsten könnten wir auch noch Trick 18 machen. Und das wäre einfach, den Futtermischwagen dazu benutzen, die Ballen aufzulösen und anschließend hier reinzuwerfen. Denn wir können ja hier uns Silage auch einwerfen und Gras und könnten dann den Futtermischwagen richtig beladen. Ja, so denke ich, machen wir das. Wir werden jetzt erst mal, wenn wir hier auf unsere Finanzen schauen, den kleinen hier besorgen. Und da wir den nun mal einfach brauchen, wird sich hier Mieten nicht lohnen. Wir werden das Gefährt hier gleich einkaufen. Gut, das bedeutet für uns Gelegenheit. Augenblick nochmal, was brauchen wir da? 100 PS. Das bedeutet auch gleich für uns die Gelegenheit, mal zum Shop zu fahren. Und dazu nehmen wir hier den kleinen Baltra. Denn wenn ich richtig weiß, ist der Steier da vorne für den Frontlader ausgelegt. Oder? Ja, da kommt dann später der Frontlader. Da mit dem werden wir dann die Ballen einladen. Also gut, dann fahren wir mal erst mal zum Shop und holen unseren Futtermischwagen. Stopp, 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 stopp. Zum Shop, ich glaube, ich weiß ungefähr wo. Ich glaube, Sekunde. Warte, warte, warte. Map. Der Shop müsste hier sein. Dann würde ich doch einfach sagen, dann setzen wir hier eine Markierung. Und wir müssen eigentlich rechts rum und um den See. Gut. Kommt da was? Nein. So, also hier geht's lang. Und dann fahren wir hier rechts rum. Ja, er biegt ab. Glück gehabt. So. Die schöne neue Mini-Brunnen. Ja, ich habe mir gedacht, ich nehme heute noch zwei Folgen auf, vielleicht auch drei Folgen. Dann werdet ihr morgen, also für mich ist heute ja der 30. Dann werdet ihr morgen eine Folge sehen. Dann schauen wir mal, dass wir auch für Neujahr eine Folge haben und dann noch eine hinterher. Weil je nachdem, wie meine Silvesternacht hier verläuft, bin ich dann vielleicht gar nicht mehr in der Lage, die nächsten Tage was aufzunehmen. So, wie müssen wir jetzt hier links, oder? Ja, Blinker. Und dann links. Und dann müsste es gleich wieder rechts gehen. Und da ist der Shop. Sehr schön. Ups. Eigentlich hätten wir ja Vorfahrt gehabt, ne? So. Okay, da ist der Shop. Und wo steht das Gerät? Bestimmt auf der anderen Seite. Ja, holla die Waldfee. Da steht er doch. Und seiner ganzen Pracht. Gut. Der gute Silo King. Wird immer wieder gerne genommen. Sehr schön. Und damit können wir dann Futter machen für unsere Kühe. Und danach wollen wir dann mal schauen, dass wir auch unsere Miese, äh, unsere Wiese, nicht unsere Miese, unsere Wiese mähen. Und dann müssen wir uns Gedanken machen, was wir mit dem Kartoffelfeld machen. Tendenziell denke ich, ups. Das ist dazu. Kann man da aufmachen? Ne, da kann man nicht aufmachen. Wir sind auf der anderen Seite raus. Tendenziell bleibt es dabei. Ich denke, wir werden die Wiese, Quatsch, die, das Kartoffelfeld, werden wir pflügen. Ob man das jetzt gleich anschmeißen, müssen wir auch mal schauen, weil Pflug haben wir vermutlich nur einen kleinen. So, was haben wir jetzt für ein Problem? Da ist eine Stange. Da müssen wir tatsächlich ausholen. Rechts ist frei, links ist frei und dann wieder zurück. So, und um die Gegner ein bisschen kennenzulernen, nehmen wir jetzt den anderen Weg um den See herum. Ja, wie gesagt, wir müssen noch mal schauen, mit welchem Trecker und mit welchem Gerät wir dann das Feld pflügen. Ich denke, einen Pflug haben wir. So, müssen wir mal schauen, wie leistungsstark der ist. Aber jetzt genießen wir hier ein bisschen die Landschaft. Sehr schön. So, hier geht es ja nicht links rein. Unter der Brücke durch. Ja, hier gibt es noch viel, viel Gelegenheit, die Map kennenzulernen. Hier werden wir schon noch ein bisschen herumfahren. Da drüben ist jetzt der kleine Teich und der kleinen Insel drin. So. Und hier geht es rechts rein, wieder zum Hof. Jupp. Dann stellen wir das Gefährt mal hier ab. So, dann gehen wir zum Steier. Dann gucken wir mal. Das müsste eigentlich hier in der Halle stehen. So. Ballengabel, genau. Hauer. Und Eingewicht, denke ich, kann nicht schaden, 9000. Das ist schon ordentlich für den Ballen. Ja, ich habe es auch schon in der letzten Folge gesagt. Tendenziell werde ich anstreben, hier einen Teleskoplader zu bekommen. Schön, ob der Steier ist. So richtig als Lufttraktor. Na, na. Ja. So. Weiß ich nicht. Da verbuckelt er mir einfach ein bisschen zu viel rum, was die Schaltung angeht. So, das wird hoffentlich passen. Ja. So, jetzt gehen wir vorwärts. Und dann nochmal zum Ausholen. Okay, wunderbar. Das müsste jetzt verpassen. Und dann wollen wir einige von den Ballen mal einladen. Fangen wir mit dem Heuballen an. Und dann schauen wir, dass wir eine Ladung Futter also den Kühen geben können. Das sollte auf jeden Fall schon mal helfen. So. Und. Nee. Jetzt. Ups. Sehr schön. Okay, das passt jetzt. Na ja, guck, das ist gut an dem Silo King ist auch, dass er nicht ganz so hoch ist. Da sollten wir dann auch mit dem hier drüber kommen. Okay. So, dann machen wir hier mal die Folien weg. Okay. Okay. Das passt. Und. In den Wagen. So, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir 14.500. Jetzt haben wir ja Stroh im Silo. Dann schauen wir mal. Dann füllen wir noch ein bisschen Stroh nach. So. So. Und da schalten wir jetzt aber mal die Hilfe wieder ein. Dass wir auch sehen, was hier passiert. Stroh. Start. Ups. Und der Blinker geht auch noch. So. Wie sieht es jetzt aus? 17%. 17%. Sollte eigentlich passen. Alles im grünen Bereich. Ups. Dann fahren wir doch damit mal rein. Und. Dann haben wir schon mal die Basis drin. Für unsere Kühe. Und damit sollte die Sache doch passen. So. Auf der richtigen Seite. So wie es aussieht. Naja. Doch nicht. Auf den Blick. So. Abkippen rechts. Ach. Mischration wird hier nicht angenommen. Mischration wird hier nicht angenommen. Wenn wir rechts abkippen. Ah ja. Sind wir zu dicht dran. Okay. So. Da kommen sie auch schon. Lecker, 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 lecker Futter. So. Dann schauen wir mal ganz kurz. Hier bei unseren Kühen rein. Bingo. Passt doch. Mischration. 17.609. So kann die Gesundheit jetzt wieder auf 100% gehen. Spitzenmäßig. Das passt so. Sehr schön. Das gefällt mir. Gut. Dann lassen wir jetzt aber erstmal den. Wagen hier stehen. Schauen wir jetzt erstmal. Was wir hier noch an Material haben. Um nämlich jetzt das Kartoffelfeld zu pflügen. Haben wir einen Pfluch? Hier. Wir haben einen Pfluch. Hier ist er doch. Hier ist ein Pfluch. Gut. Der gehört mir. Das ist schon mal eine wichtige Information. Dann schauen wir doch mal, was wir hier brauchen. 160 PS. Das heißt, da müssen wir mit dem großen Waltra ran. Oder der hatte 190. Richtig. Der hatte 190. Okay. Dann gehen wir zum Waltra. Packen das große Gewicht drauf. Wobei, jetzt fällt mir gerade ein. Und wenn wir mähen wollen. Wenn wir mähen wollen. 70 PS. Und das Teil braucht 160 PS. Uiuiuiui. Dann werden wir jetzt erstmal. Hm. Ich denke, das Feld kann eigentlich warten. Dann holen wir lieber erstmal. Nee, stopp. Dann holen wir doch lieber erstmal. Genau. Und das werden wir mieten. Und dann versuchen wir unser Glück. Mit dem Waltra hier. Und schauen mal, wie weit wir kommen beim Mähen. Weil das Feld sollten wir auf jeden Fall mähen. Bevor wir dann uns ums Pflügen kümmern. Aber zuvor werden wir hier ein bisschen aufräumen. Weil hier läuft ja auch noch der Motor. So. Dann stellen wir erstmal den mal in das Dach. So. Huch. Das müsste so passen. Licht machen wir aus. Na. So, jetzt. Sehr gut. Brauchen wir das Gewicht? Ich denke nicht. So. Ups, so ein Wartstein. Es ist frei. Dann mal los. Guckt mal das nur so vor oder hat der Breitreifen? Hm. Kommen wir ja später mal in der Werkstatt. Danach sehen. Okay, da oben ist das Feld mit den Kartoffeln. Wie gesagt, erst werden wir mähen. Und dann können wir mit dem kleinen Waltra das Material einsammeln. Und den Waltra schicken wir dann zum Pflügen auf das Kartoffelfeld. Und dann gehen wir hier rechts runter zum Shop. Und da sind schon wieder die Rehe. Und hier rechts rein. So, dann habe ich wieder links. Und da steht das gute Stück. Und wie gesagt, wenn ich mich nicht irre und ich hoffe, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mich nicht irre, dann hat der auf jeden Fall eine Schwartablage. Was uns natürlich... Ah! Okay, alles klar. Jetzt weiß ich Bescheid. Geht automatisch hoch die Schranke. Auch nicht schlecht. Gut. Dann können wir nämlich mit dem hier gleich ein Schwart legen. Aber natürlich nicht... Oh, hätte ich vielleicht aufs Gewicht mitnehmen sollen. Aber natürlich nicht fürs Heu. Fürs Heu machen müssen wir natürlich die Breitablage. Und... Oh ja. Oh, 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 oh. Oh ja, das wird spannend. Ja, da hätte ich doch das Gewicht mitnehmen sollen. So, erwartet. Ja, da müssen wir ganz langsam um die Kurven fahren. Das will ich jetzt abheben. Mann, 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 Mann. Na, der biegt ab. Gut. Na, so, Blinker aus. Aber vielleicht sollten wir die Rund umkennrichtung anmachen. Aber der hat gar keine. Oh ja, okay. Wird ja sein können. So, geht's hier schon rein? Nein, hier geht's noch nicht rein. So, hier geht's rein. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo jetzt das Frontmähwerk ist. Das müsste aber auch hier drin sein. Ja, da ist es. Kommen wir da rein? Ja. Gut. Gut. Hat irgendjemand anscheinend auch schon mal genutzt. So. Noch einmal zurücksetzen. Und dann müssten wir das dran bekommen. Und dann wird das Ganze auch wesentlich einfacher sein. Ups. Mit dem Fahren. Gut. Wunderbar. Dann sind wir jetzt gerüstet. Und können unsere Wiese mähen. Aber das werden wir in der nächsten Folge hier auf meinem Kanal LS22. 20. So. Hier lassen wir das Fahrzeug erstmal stehen. Und werfen auch erstmal das Frontwerk hin. Na. So. Das sieht das Ganze doch viel, viel besser aus. Ja. Machen natürlich hier wieder. Na. Die. Jetzt haben wir's. Hier. Hilfe aus. Damit wir wieder einen schönen Screenshot machen können. Und allen, die jetzt noch hier am Video dran geblieben sind, wünsche ich jetzt noch mal alles Gute für das neue Jahr. Rutscht gut hinein. Glück und Gesundheit. Ihr wisst, Gesundheit ist immer das Wichtigste. Ich, der Baden Farmer, bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Sage Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal hier. Bis zum nächsten Mal.